Einer von den Antispionen hat die Position einer fantastisch unverbesetzten jeneriten Splitterraffinerie gemeldet. Nova, wir haben einen Job für dich. Oh, oh, komm ich in einen Roboteranzug? Ja? Please, Roboteranzug, please. Nein, wir laden dich in ein Netzwerk hoch, dass du hacken wirst. Ist vielleicht auch lustig. Hallo, wir sind das Zweikampfsofa und spielen Battleborn zusammen mit dem Onkel von GamersCheckLP und dieses Intro haben wir schon dreimal gesehen. Richtig, gute Tag. Verdammte Axt, wir kriegen diese blöde Mission nicht hin. Wir versuchen es trotzdem. Ich werde jetzt Rath nehmen. Also du hast wieder deinen Rath genommen, in der Hoffnung damit ordentlich was wegzuschnetzeln, was bisher ja auch besser ging als mit dem Scharfschützen vom letzten Mal. Du hast immer noch vier Arme und spielst an dir rum, kochst und winkst mit der anderen Hand. Wenn das jetzt nicht klappt, dann nicht, Oskar. Aber es fehlt noch eine Kette im Hals, oder? Back to the Roots. So, los geht's. Gucken wir mal. Da war ja noch nicht mal ein Endboss zu sehen. Da kommt dann noch. Wir sind noch weit weg irgendwie, oder? Wie viel wein sind das? Ich hab mir apropos einen neuen Dings gemacht. Einen neuen, wie heißt's denn? Dings? Bei Erstgeborener, ich bin jetzt der Schläger. Ach so. Der Schläger. Ich dachte gerade, das Geheimnis für den neuen Mann. Macht ja ein neues Dings. Wow, ein Dings. Wir müssen ausbauen hier. Gleich noch runterfallen hier. Das ist eine gute Idee. Ich bin hier das Hirn. Ich bin schlauer als ihr. Ich freue mich einfach tierisch auf. Okay, ich muss das wieder passen. Bei der Nahkämpfer könnte ich nämlich bei dieser Beschützmission, bei dieser Mission, bei dem Beschützer... Storygelaber und einer von den Spielern hier auf diesem Sofa redet die ganze Zeit. Wer könnte das sein? Ich höre niemanden. Ich will niemanden angucken. Aber das haben wir doch jetzt auch schon zum dritten Mal gehört. Ja, eben. Du musst das sehen. Nein, wir haben's dreimal nicht gehört bisher. Das hast du recht gehabt. Stimmt. Und er redet wieder und... ...geht es kaputt. Dann Nova ebenso. Es gibt kein Backup für einen Magnus. Danke, dass Sie mich kurz vor der Mission an meine Sterblichkeit erinnern, Käpt'n. Das meine ich ernst. Bitte drücken Sie diese Kerle, damit Sie mich in das Terminal laden können. So, ich will mal ruhig. Das ist so bravig. Warum? Ey, warum? Oh, du auch warst. Wow. Ich habe keine Fütter. Ich habe keine Fütter. Ich habe genug. Nee, doch nicht. Das ist nicht mehr als ich. So, aber da ist ein Kontrollterminal in der Nähe, das ein paar Türen für euch öffnet. Findet es. Ja, letztes Mal hatten wir mehr Splitter, als wir angekommen sind, oder? Ja, das ist eben auch komisch, ja. Da sind noch Splitter. Ich bin nackig. Puh. Und wenn wir jetzt einfach durchgerannt sind. Weil wir durch das Meckern vom Snorks haben wir das total vergessen. Ja, genau so ist es. Ich danke dir auch. Ich danke dir. Ihr beiden Story-Laberer. So genau war das. Ich kann mich daran erinnern. Sind das da Feinde? Verteidigt das Terminal, während wir den Magnus hochladen. Den Magnus hochladen. Könnte ich eigentlich schon drin verstecken, wenn er dann auf einmal hier reinbeamt, der Böse, bin ich da. Das ist ja cool, ne? Das ist ja sehr cool, ja. Was war denn das jetzt? Was denn? Die kamen an und so im Gefallen, die waren tot. Ja, ich hab da ein Dings draufgelegt, so ein Süppchen. Ein Süppchen. Ein Süppchen. Den war ich nicht hier, der ist doof. Der muss schon weg. Genau, der muss weg, danke dir. Ich glaube, wer mir gerade geholfen hat. Das hätte ich hier nicht geholfen. Schnetzel die ganze Zeit. Ich bin hier drauf. Ich bin hier ein Schnetzel. Oua, das war Bomben. Vorsicht. Ich will mal das Bumsen nicht an mir. Das ist ja unangenehm. Es gibt auch unangenehmes Bumsen, das stammt, ja. Unangenehmes Bumsen. Wenn es mal wehtut, dann Bumsen meinst du? Okay. Äh, ja. Du brauchst gerade während des Kampfes dann Dinger... Wir haben auch Wellenpausen. Du kannst auch während der Pause dann den Charakter ausbauen. Das muss nicht im Kampf sein. Ich war doch gerade Palka. Ich hab doch genau gesehen, du hast ja noch ein Helix von dir gehabt, du. Jetzt, Pause. Das Snorx... Charakterausbau, los. Das Snorx... Das Snorx... So was sagt? Ich hab zu weckern. Ich sag gar nichts. Das ist unglaublich. Man kommt ja hier nie zum Reden. Ja genau, so eine Frechheit. Weil du immer meckerst. So geil. Das ist so geil. Tut mir leid, liebe Zuschauer. Falls ihr die Story noch nicht kennt und das Battle von uns zum ersten Mal tatsächlich guckt, die Story müsst ihr den bei anderen angucken. Bei uns ist nur die Action. Toll. Naja, oder guckt die letzten Parts nochmal an. Vielleicht? Du hast die Chance doch... Wenn ihr alle drei Fehlversuche anguckt und die zusammensetzt irgendwie in Teilen, habt ihr vielleicht die Story. Genau. Ganz genau. Viele kleine Teile machen auch ein Ganzes. Der war Bumsi hier. Der Drecksack. Was soll das? Na danke, danke. Der Rath hat mich... Oh, ich hab falsch ausgebaut. Fuck. Ja, jetzt segel ich mit meiner Welle nach vorne. Ich hab einen Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht. Das ist gut. Das ist natürlich... Das ist natürlich sehr gut für mich. Das ist doof. Warum? Für mich. Ja, weil meine Welle macht jetzt keine Explosionsschaden mehr, sondern ich reite auf der Welle. Das wird böse Endfall. Reite auf der Welle? Wie so ein Arzturfer meinst du? Ja, ja, ja. Guck mal an hier. Hab ich's gesehen. Ich bin schon in der Welle gerade drin. Das hat mir nicht geholfen. Genau, deine Demonstration in deiner Welle. Deine Welle-Demonstration war fehlerhaft. Du hast einfach falsch geguckt. Mhm. Wo? Wer schießt? Wer putzelt? Was ist denn hier? Du baust wieder aus, ne? Mitten im Kampf. Ich seh das doch. Hallo. Sock ein Kampf. Natürlich. Da. Gegner. Jetzt hab ich mal die Snorps gesehen, wie er auf der Welle geritten ist. Das ist ja schon so... Ich glaube, er merkt wirklich aus. So, bisschen, bisschen. Da war unser... Ist alles gut für uns? Bei der Base ist... Der ist schon ein Lieber, den hab ich schon. Bei der Base, der Wupptisch ist frei. So, nochmal erstmal hier so ein Liege rein. Wie gesagt, der Wupptisch ist frei. Krumms. Anweggeschubst. Das macht er nicht, glaube ich. Das macht er auch nicht. Und das haben wir noch gar nicht. Scheiße. Hä? Nee. Da. Der Obermufftisch ist da. Ja, mach weg. Tu doch etwas. Es ist weg. Danke. Das wirkt sich mal wieder hin. Das ist hervorragend. Heil auf. Heil auf. Heil auf. Der brennt auch schon. Guck mal. Der zahlt da auf. Oh, fuck. Der ist runtergefallen. Ja, ich bin auch wieder da. Ein Süppchen, Koch, Gold, la 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 la. Ammer. 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 Ich sag nichts. Ja, jetzt redet das auch kein Story-Gerede. Wo ist der andere Bügel jetzt hin? Hä? Hier fehlt noch einer. Da. Oh, da. Schon weg. Ich bin dahin gesprungen. Na klar, über dir, Junge. Ah nee, das sind unsere Drohnen. Ja, ich hab vor uns ne Drohne. Aber das mit der Welle rein, das ist doch auch cool. Ich hab Zugriff auf das Netzwerk der Raffinerie und spiele solitär. Und ich bin gar nicht so schlecht. Was treiben Sie denn so? Nora ist bereit. Jetzt geht es in den Kostorkern und leitet die Schmelze ein. Oh. Oh, es war fast zu weit. Ich bin hier nicht mitgekommen bei euch, ne? Ihr sagt mir aber, wir sind zu schnell. Hast du auch so einen Vogel? Was? Hast du auch so einen Vogel? Ich beleidige ihn jetzt, oder was? Nein! Ich fliege runter, weil meine Welle treibt. Das hasse ich eben an diesem, wenn du auf der Welle reitest, dass du irgendwie runterfällst. Ja, ich hab grad mal den Gegner. Das sieht aus. Halt dich mal selbst, Snorz. Halt dich doch mal selbst. Passwort 12345. Verdammt, die Typen sind gut. Nein. Du bist so schlecht. Und wie kommen wir jetzt zum Reaktorkern? Das macht's ja gut mit der Welle, du. Ja, aber die explosierende Welle macht halt noch mehr Schade. Naja, das mach ich natürlich. Pass schon alles weggeschneppt. Alles weg. Weil es geht. Der Onkel ist wieder da. Der Onkel ist wieder da, yeah. Und... Das hat mir gefehlt bei dem Scharfschützer. Das hat mir gefehlt bei dem Scharfschützer. Oh cool. Ich bin mit der Welle rübergerutscht. Wie geil ist das denn? Ich bin gerade runtergerutscht. Scheiße. Ihr müsst zurück, ihr müsst zurück, ihr müsst nicht rüber springen. Nicht rüber springen. Heilen. Mich heilen, bitte. Ja, ich heil dich. Heil mich doch einfach mal. Warum heilt mich denn niemand? Danke. Ja, mach dir mal. Dann nehme ich den. Ähm, ich bin klar. Da hat ja schon Spaß von damit rein. Manchmal die Beste hier. da war noch eine ich komme und rette dich wer ist denn da so tief reingelaufen ich rutsche auf dieser blöden welle die eigentlich explodieren soll doch nicht einmal verklickt und schon einmal verfickt und schon und rutschen und ich bin im feuer das ist sogar ich hasse es habe ich das schon gesagt ich komme von auch jemand. Ich sag dir, da kannst du mich heilen. Ich fall runter, ich bin tot. Wo kommst du? Irgendwo. Du bist bei einem Feld. Keine Ahnung. Ob ich dich da heilen kann? Du rennst schnell auf den... Oh! Was ist denn los? Okay. Dieses Seil ist nicht dazu da, um darüber zu tänzeln. Du musst erst den einen heilen, dann den anderen. Nicht über das Seil. Nicht über das Seil. Das Seil ist kein Seil. Ja, aber wo ist dann der Übergang? Du musst rüberspringen. Das ist der einzige Weg. Ist dir so egal. Ich bin jetzt weg. Nein, ich war gerade da. Oh Mann. Ja, ist richtig. Da kann man nicht rüberspringen. Das ist viel zu weit. Nein, mit dem Jump Pad. Da ist kein Jump Pad. Doch, ich bin auch gerade drüben. Direkt da. Da ist kein Jump Pad. Ist egal. Ist da ein Jump Pad. Ja, aber nicht da. Irgendwo mag eins sein. Da ist keins. Es ist ein Jump Pad da. Ist egal, ich bin schon drüben. Liebe Zuschauer, guckt auf den Bildschirm und sagt mir, wo da ein Jump Pad sein soll. Da, wo du jetzt gerade stehst, kein Jump Pad. Das sage ich doch die ganze Zeit. Bleibt drüben, ich bin gleich fertig. Das sage ich doch die ganze Zeit, dass da kein Jump Pad ist. Was redest du denn? Jetzt bin ich da auch schon reingepulselt. Hier, guck mal, was da drüben steht. Was ist das da drüben? Kein Jump Pad. Nein, es ist kein Jump Pad da. Da, wo ich war, war kein Jump Pad. Das ist das. Es fällt ungefähr 10 Meter links neben. Ja, ja, 10 Meter ist klar. 10 Meter ist klar. Da ist kein Jump Pad. Ist klar. 10 Meter. Ich werde das vermissen, wenn dieses Spiel rum ist. Toll. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was meint er damit? Verstehe ich überhaupt nicht. Was soll das denn überhaupt heißen? Verstehe ich überhaupt nicht. Ich verstehe es auch nicht. Wir lieben uns doch immer so sehr. Gut gemacht. Die Konsole ist hinten. Werf den Transmitter an. Dann kann Nova weitermachen. Komm, noch ein Süppchen für dich. Zum Mitnehmen. Genau. Weg ist er. So, da ist irgendwas in der Mitte, ne? Ist auch irgendjemand in der Mitte, wo ich jetzt gerade bin? Ja, natürlich. Ich bin noch am Rand und komme jetzt in die Mitte. Ach, der reine Einraum. Der eine Raum. Ein Reinraum? Ein Reinraum. Rein, raus, danke Maus. Ich verrecke hier gerade. Du darfst ja nicht reinschwimmen. Ich kann denn die Welle nicht mehr nutzen und damit ist der Charakter für den Arsch. Es tut mir leid. Es ist so. Du hast es kaputt gefummelt. Du hast es kaputt gemacht. Einmal falsch geklickt und schon hat man den Salat. Dann hat er auch noch die Figur kaputt gemacht. Oh, eine Welle. Now we have the salad. So, jetzt habe ich alle drei Dinger aktiviert. Jetzt hast du auch noch drei Dinger. Du bist echt so ein Mutant, weißt du das? Drei Dinger. Das macht mir Angst, ne? Ja, ich meine, ich habe jetzt die drei Dinger, also die drei Items aktiviert. Das erste Mal, dass ich die genutzt habe. Du hast keine Punkte für die Dinger. Ja, du musst natürlich gleich wieder die negative Seite rausziehen, ne? Ganz genau. Ich verwahre jetzt ein paar Punkte noch mal für den Endraum, damit wir genug Geld für die Turrets haben. Im Endraum. Hier kann man nämlich diesen Raum hier auch ohne Turrets spielen, meiner Meinung nach. Machen wir mal an hier, oder was? Ja, ja, machen wir an. Der holt sich da unten die ganzen Sachen und sagt, mach doch mal an. Ja, mach doch mal an. Ich habe dir gerade zugeguckt. Mach doch mal an. Ich habe dich genau gefehlt. Ja, ich merke ich. Ja, aber er macht nicht an, ne? Er gibt ja nur Befehle und tut so... Befehle? Ich stehe hier auf dem Jump-Panty, neben mir, hallo? Also, ich fasse es nicht. Schaden. Immer auf Schaden. So. Los geht's. Ich mache schon mal mit dem. 0, 0, komm. Ja. Sehr schön. 3, 2, 1, los geht's. Und nun? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Sie fallen von mir hin. Stopp. Ja, ich muss sicher. Ich bleibe jetzt hier stehen. Oder? Mach ich rüber? Einer macht die linke Seite, einer macht die rechte Seite, einer ist in der Mitte. Wer ist in der Mitte? Einer. Wer ist noch auf der linken Seite? Nein! Ist denn Bratz dann auch auf der rechten Seite? Ich bin immer am rechten Platz. Aber ich bin auch rechts. Das geht aber nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin hier. Das ist schlecht. Ich wollte eigentlich in der Mitte diese Tiefe. Das ist schlecht. Snorks macht eh alle kaputt. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich habe mich verskillt. Ich schaffe da ja nichts mehr. Ja, du hast jetzt die Möglichkeit, alle Kills der Welt zu machen. Außer du stehst mehr im Weg. Wie jetzt. Das ist mein Kill. Jetzt darf ich mir das nochmal inholen. Ich bin nicht mehr mit. Linke Seite sind zwei Leute. Linke Seite, zwei Leute. Ja, wir müssen da erstmal hinkommen. Mensch Mädel, ruhig bleiben. Mädel. Hä? Ach ja. Du wirst doch da war einer. Genau. Na super. Wer ist Adam hier? Wer ist Adam hier? Ist er eingeladen? Scheiße, wo ist es? Wo geht es hier hoch? Da geht es hoch. In 14 Sekunden. Zeit für ein Level aufbauen. Ja, deswegen hätte ich eigentlich gedacht, ich nehme irgendeinen Schusswaffentyp, weil ich renne hier hin und her und ist alles schon weg. Aber du machst das schon nicht schlecht. Deine Statistik wird gut aussehen. Deutlich. Deutlich. Und diesmal schaffen wir es auch. Obwohl es Norks verskillt hat. Wir schaffen es auch gerade, weil ich verskillt habe. Vielleicht genau deswegen. Eigentlich ist die explodierende Welle diejenige welche. Die Oberruptigwelle, ja. Oh, die machen da den Turret kaputt. Ja, ich ändere es gerade. Oh, der war betäubt. Das wäre auch witzig. Das war mein Drache. Mein Wasser-Drache. Oh, da drüben ist so ein Unsichtbarer. Der macht wieder alles kaputt. Alles platt. Ein, ein Sholong. Wie heißt das Ding? Sholong. Shisholong. Shalom. Shalom. Wieder mit dir. Wo ist er da? Ich bin mental und emotional. Ich werde jetzt hier keine weiteren Turrets bauen. Ich werde hier warten. Ich habe keine Turrets mehr bauen. Nee, nee. Was ist das? Hilfe! Ich spinne es ja wohl. Hier in dem Biest, du Sackloch. Er ist weg. Wo ist er denn? Warum? Wie viele? Ach, da ist einer. Oh! Hä? Aha! Er konnte nicht springen. Haha! Du haust die so weg. Ey, das ist unglaublich. Ich meine, diesmal den Wrath. Wrath, wie heißt der? Nahkämpfer? Wrath. 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 Oder Rad. Rad. Genau, ich nenne die Rad. Deutsch heißt da Rad. Hallo Rad. Hallo Rad. Wo ist der Endboss? Ja. Also, vier Sekunden noch. Stimmt, ja. Drei, zwei, eins, wo ist es? Da fallen sie vom Müll. Rad, geht's links bitte? Ach, ich bin jetzt gerade wieder rechts gegangen. Das hast du mit Absicht gemacht. Ich bin ganz rechts. Ich bin immer rechts. Also, ich stehe. Nein, also. Jetzt. Genau, das habe ich jetzt auch gerade gesagt. Jetzt sei ruhig. An dieser Stelle jetzt Ruhe. Und jetzt nichts sagen. Ganz genau. Das hätte keiner gemerkt, wenn ich die Klappe gehalten hätte. Toll. Der Endboss ist da. Tralala. Ist das nicht schön? Ich bin total langsam jetzt plötzlich. Ey, voll eklig. Ja, weil der die Fähigkeit der Verlangsamung hat. Bier, ein Suppchen für dich. Ups. Und wohin? Wohin? Rumpel. Boah, Alter, steht hier mitten drin. Ich auch. Aber es tut nicht weh. Nee, also, das ist nur doof. Tentake können wir es nicht stören. Was? Ich geh aus dem Terminal. Er ist tot, meine Freunde, er ist tot. Ich auch. Ich fall wieder runter. Och nö, och man, och nö. Äh, hat ein Problem. Lachst du da, Onkel? Hab ich dich... Wo ist der Onkel? Wolltest du jetzt etwa die Story reinladen? Ich hab euch auch geliebt. Wannover hat nicht wirklich auf die Gelegenheit, das Schiff zu verlassen, oder? Seitdem wir zusammenarbeiten, war Nova noch nie außerhalb des Schiffs, wenn ich so darüber nachdenke. Wir haben niemals Spaß. Aber pass hier. Das ist super. Sie ist recht gut drauf, oder? Geht zum Kontrollterminal und deaktiviert die Sicherheit. Dann könnt ihr weiter. Ja, wieder mal, das Wasser hat wieder nach oben geschleudert. Boah, genau, das Wasser hat dann halt gepumpt hier. Höh, hallo. So, das hat's gewissen. Sehr gut, da ist ein Dicker. Ein Süppchen für den... Geht der was zum Onkel? Wo wir jetzt dringend sind, oder was? Na, komm schon. Na gut. Was ist das? Das war ich. Er flog ja auch in der Luft. Er flog in der Luft. Niemand ist an der rechten Seite? Doch, ich renke an ihn. Ah, okay, dann... Hab' ich jetzt eigentlich gar nicht geholfen. Aber es geht jetzt nicht mehr. Dir ist es nicht mehr zu helfen? Ich seh' dich ja schon, super. Nö, pack' ich schon, keine Sorge. Und gleich ist er wieder tot. Na toll. So. Vorbeigelöscht, scheiße. Hast du noch gemacht, das schon? Nö. Bin dabei. Du klaust sowieso wieder nur die Kugeln. Stimmt. Ey, du bist so schnell, du. Warum hast du eigentlich mal so... Wieso hab' ich eigentlich mal so'n Rotor hinten am Popo? Was war das denn gerade? Deine Welle? Das war mal... Ich reite auf der Welle, genau. Da war richtig fix dabei, ne? Zeit, etwas auszubauen. Der Rotor ist, wenn ich dich anvisiere, dass ich dich heilen kann. Das ist meine Wasser... Mein Wassermotor. Okay, der Wasserrohtor, okay. Genau, normalerweise ist es nämlich Snorxen. Zum Reaktorkern. Wir sind hier fast fertig. So, weiter geht's. Ein Boot umgebaut als Frau. Ein Wasserboot. Ein Frauenboot. Deswegen hat er einen Propeller. Arsch! Was? Schlauchknippels? Schlauchbootlippen. Ist das dann Schlauchbootlippen gesagt? Nein, immer noch Schlauchbootlippen, aber... Schlauchbootlippen. 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 Die... Limpels. Ich weiß ja nicht, was du immer verstehst, aber... Ich verstehe das, was ich hören möchte. Ja, ich glaube auch. Oh, Alter, Schweder. Kann der mal aufhören, mich andauernd... Der bombst mich nur in die Luft, und wenn ich lande, haut er mich platz. Bin ich alleine? Ja. Ja, du bist alleine. Der Typ hat mich nur in die Luft geschleudert. Der ist voll übel, der Typ hier. Hat mich nur in die Luft geschleudert, und sobald ich wieder unten war, hat er mich gehauen und dann wieder in die Luft geschleudert. Ich konnte nix tun. Goa, nix. Daher komme ich gleich mal durch hier. Ich glaube, das... Gemüse. Ich glaube, das schafft er nicht. Ich bin jetzt gleich weg. Und zwar jetzt. Ich komme nicht zu euch durch. Wir sind so ziemlich zeitgleich gestorben. Wo sind wir denn? Ist das richtig richtig? Jetzt kann ich zu euch. Ja, jetzt ist es zu spät. Ja, ich merke das. Das war gerade ein bisschen zu sehr... Tod gehen. Tod gehen, ne? Ja. Zu sehr tot gehen. Oh. Huch. Plötzlich kam die Welle an, und alles war weg, was da hier auf dem Weg stand. Das ist unglaublich. Ich klappe an den Typen rum, und was passiert? Nichts. Kommt die Welle an. Hilfe, Hilfe. Heiler, Heiler, Heiler. Die haben eine... Ich bin keiner. Die haben eine Distanz hier zurückzulegen, ey. Du bist ein Heiler. Komm mal zurück, schnell. Wo bist du denn? Ah, ich kriege aufs... Ich komme nicht weg. Ich schwebe nur in der Luft. Ich weiß nicht, warum. Ist das dein Kram, der mich auch in die Luft schleudert? Ich bin nur in der Luft. Die Typen hier sind das. Die Typen da. Da, diese Flugnasen. Welche Flugnasen? Über uns ist so eine Wolke. Siehst du das? Und die zieht sich da oben. Ey, Mann. Ich fliege nur in der Luft und kriege auch das Maul dabei. Die ganze Zeit. Aber heilen kann ich dich trotzdem mal. Heil, heilen. Danke. Das Typen ist immer noch da, übrigens. Nein, nicht runterfallen. Nein, ich bin runtergefallen. Moment, wo ist er? Da ist er. Ich heile das mal. Ich auch. Dankeschön. Äh, hier ist... Ach, gleich neben uns. Alter Verwalter. Pumps. Oh, heiler. Warte mal, ehe du weitergehst. Heil, mach wieder. Oh, danke. Oh. Kannst du mich auch... Alter, das war jetzt heftig. So, kannst du dich auch selber heilen? Ja. Heile doch mal. Dann macht das nochmal. Aber es geht immer noch ein Stückchen. Sollte, ich kann nur einmal vertreten. Nur ein Stückchen? Ja. In kleinen Stückchen? In kleinen Stückchen? Stückchen. Und ein Stückchen. Mit kleinem Stückchen. Mit kleinem Stückchen. Krass, die haben schon völlig... Aua, aua, aua. Motzen, fotzen. Was soll das? Hast du gesagt, motzen, fotzen? Was soll denn das? Was musst du als Aufregung alles sagen? Nein, nein. Das hab ich nie behauptet, ey. Scheißviecher, ey. Alter Verwalter. Was musst du alles in der Aufregung sagen, das passiert halt. Gamer Tourette. Das ist Gaming Tourette. Kennst du das nicht? Dicker, großer Sack auf 8 Uhr. Hilfe. So spät ist schon 8 Uhr. Aua. Es haut mir nur in die Nase hier, ey. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Keiner hilft mir. Toll. Klar, alles okay. Ja, wählen sie alle weg. Mit dem Gesagst muss ich die abgeben hier. Mann, Mann, Mann. Ihr habt noch 9 Sekunden. Ja, das reicht doch locker. Warte, schuldig gerade. Wir haben gleich keine Leben mehr. Ja. Danke, aber eine Heilung brauche ich trotzdem. Stell dich in den Topf. Ja. Oder in den Topf. Du grenzt wieder weg, ey. Ja, ich mach hier voll die Heilfontäne und du rennst weg. Mit Recht. Nein. So, wir haben jetzt nichts. Wir haben jetzt die Gegner aufs Maul gekriegt. Und zwar mächtig. Wir haben noch 4 Leben. Was war das hier? So. Also ich kann nichts bauen. Ich shoppe nichts. Ich hab noch was. Ich kann ganz viel bauen. Mein Turret, den ich gebaut hatte, da oben das Platte. Warte, bitte noch nicht öffnen. Den am wichtigsten da. Der da, der da, der da. Ich kann auch ein bisschen was machen. Der da, der da, der da. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich hab noch 4 Punkte. Moment, Moment, Moment. Dieser komische hier, bin ich nicht zu klein dafür. Äh, X. X. So ist es. Ich nehme auch nochmal mit. Äh, Reparaturdrohne. Ah, hier ist noch was. Moment. Hast du noch was für hier direkt daneben? Ja, ja, ich bin dabei. Ja, ja. Äh. 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 Die Blitz, die Infernung. Infernung ist was. So. Alle Turretts an? Fertig? Alle Turretts an? Mein, mein, mein Turret ist an, ja. Gut. Okay. Scheiße. Da oben ist noch ein Turret nicht, nicht benutztes Turret. Ja, wenn du noch kein Geld hast, kannst du das bauen. Könnte aber. Da oben? Ja, warum hat er das keiner angemacht? Mann. Äh, das ist doch an. Da oben ist nicht an. Moment, ich renne. Alles gut. Ich komme zu euch. Das erste Gesocks ist da. Ja, ich mache schnell hier oben den. Ach, das ist doch ein scheiß Dings. Der Nahkämpfer sollte beim Turret stehen, beim, bei der Basis stehen bleiben. Ja, ich bin ja gerade dabei runter zu kommen. Moment. Moment. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Lass mich doch mal. So, ich bin da. Oh, man muss nicht so weit weg rennen. Gut her. Mein Special hat mich jetzt ganz schön weit weggehauen. Mein Hund. Hilfe. Ey. Wo ist er? Das Bruchteil von einer Sekunde, bevor mein Heilbrunnen hochging, bin ich hochgegangen. Toll. Keiner ist bei der Basis. Ja, weil wir alle was zu tun haben. Ich weiß ja nicht, wo du gerade bist, aber... Oh, das ist so leer hier. Warum eigentlich? So easy. So easy, weil die Großen da sind, die alles platt machen. Und wir sie nicht platt machen. Nur so zur Info. Woher steht ich denn da? In der Basis stehen Gegner, Direkterinnen. Ja, ich hab hier unten... Nein, es gibt noch mehr Gegner. Krass, das kann gar nicht sein. Du sollst keine Gegner haben. Keinen Gegner neben dir haben, genau. Ein alter Weisssago. Boink. So einfach ist das. Hurra, oh man, da läuft auch wieder einer weg. Bleib stehen. Auch weg. So, meine Heildrohne, was macht die eigentlich ganze Zeit? Gar nichts, glaube ich. Blüm für einer, der geht nicht glatt jetzt. Mann, Mann, Mann. Ja, die sind cool, ne? Na ja, wollen die nicht, ne? Die wollen einfach nicht umkippen. Da schmeißt eine Bombe. Was hat das denn? Schauen wir mal von der Nähe an. Willst du jemanden da oben? Oh, so, die gefährlichen Flugnasenteile kommen da wieder. Wo? Die gefährlichen Flugteile da heißen. Ich stehe bei der Basis und bewege mich nicht weg. Ich stehe hier oben, oder? Oh, ich hab versucht, die schon mal anzukrimsen. Und da, ein paar hab ich auch, aber ist noch nicht erledigt. Einer hab ich. Das war zu vieles, grüßig. Oh, ich hab ein extra Leben gefunden. Ja. Ein extra Leben. So, ein 40 von Zitrone. Da, wo ist er? Da oben, der hinterher rum. Hier da oben, ich seh ihn, da kommt er nicht ran. Ich baue mal den Turret hier oben wieder auf. Man weiß ja nie. Kommt an den Typen hier, wie jemand ran, ne? An welchen Fahrtisch rennen hin? Klar, dann schieße ich von hier schon weg. Ja, ich denke, ich treffe aber nix. Ja, jetzt wird er auch aktiv. Hier, guck mal, jetzt bewegt er sich auch hin zu uns. Ist er nicht nett? Ja, wenn ich wieder oben bin, natürlich. Ja, man muss ihn einmal aktivieren, dann war er... wurde er neugierig. Wenn ich oben bin... Unsere Basis ist jetzt wieder ein Drittel runter. Wir können wieder ausbauen, wenn ihr noch nicht Level 10 seid. Ich bin schon Level 10. Alle schon passiert. Alle schon passiert. Alle schon gemacht. Wie viele Wellen kommen jetzt noch? Ich glaube, das ist jetzt Level 1 gewesen. Also ich bin jetzt hier an der Base. Ja, da sind alle irgendwie an der Base. Ach, Mann. Voll ewig verloren. Aber von wem? Ach, von wem da? Nein. Von was? Doch, von wem da. Boink. Toll, meinst du hat jetzt rein gar nichts gebracht? Kackt. Kacke. Oh, da ist einer reingegart. Das habe ich dann gesehen. Der ist ja nett. Reingeschlichen quasi. Ja, ich habe ihn gesehen. Sehr gut. Gut aufgepasst. So, ein Süppchen für dich und noch ein Süppchen. Nein, ich will... Oh! Das war doch nicht so gut, glaube ich. Okay. Der ist weg, das ist gut. Da oben stehen wieder welche. Aber ist das so komisch, schwarz hier? Von dir schon angebremst? Ja, ich bin schon weg. Der ist in Putz. Also, ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Scheiß Flugvieh hier, oder? Jetzt ist kaputt. Kaputt gegangen. Ja, ganz genau. Mit Recht. Das ist wieder so einer der Schüsse, nämlich mal die Projektile rüber. Ich habe ihn, Gott sei Dank. Warte, hier ist einer vor. Die sind ungesprochen. Ja, ich habe einen... Da, da ist er. Da ist er, da ist er. Okay. Ah. Er ist weg. Okay. Heil den... Die, das... Unsere Bases... Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Verstehe das gar nicht, ey. Das Problem ist, wenn du hinter uns sagst, wüsste ich nicht, wo du hinguckst. Verstehe ich gar nicht. Hä? Warum ist unsere Bases eine Hälfte runter? Das verstehe ich nicht. Nein, ist er nicht. Ich stehe auf dem Gegner irgendwie an. Die machen mich glatt. Ey, spring da mal irgendwo hin. Lauf weg. Mach was. Mann, renne. Hier ist doch gar keiner. Wir sind ohne Ende Typen bei mir. Ey, ich verstehe das auch nicht, ey. Gute Platze, Junge. Genau. Alter, also Snorx, das war jetzt, sag mal, bei Tour mit dem Typen. Ja, ich will gar nicht den Kill Count wissen. Ey, der haut so weg, der Heiler. Sauerei, ey. Der böse Heiler. Ich hab mich verskillt. Das ist noch nicht mal Maximum an Power. Jetzt wirst du rausfinden, dass das viel besser ist als alles andere. Kann natürlich sein. Also im Zweifel ist das so. Ich hörst du auf mich zu hauen, du Sapfsack, ey. Aber die Base ist schon gut runter. Ja, ein Drittel, ja. Aber eigentlich noch Zeit, einen Toyd aufzubauen hier irgendwo? Ne, fehlt auch nichts, ne? Zeit, ja, hier vorne würde einer fehlen, aber ich hab nichts. Ich kann nicht. Ich hab einen gerade aufgebaut, Moment. Ja, jetzt hab ich auch wieder. Hier sind auch Gegner, ne? Ja, ja. Au. Wo denn? Unten, hier bei mir. Jede Menge gerade gespawnt. Aber dass ich, Gott sei Dank, gerade den Turret aufgemacht habe, hilft mir jetzt. Hä? Ist abgehauen, ne? Ja. Wer ist runtergesprungen? Ja, die waren ja alle bei mir. Mach dir den Turret hier oben? Hä? Da fliegt wieder einer. Die müsst ihr da wegmachen. Die fliegen denn hier. Die machen alles platt. Wart mal. Ich hätte mal vielleicht so einen Reparatur-Turm holen, ne? Ich blick nicht mehr durch. Das ist mein Problem. Mit komm. Ich blick nicht mehr beim. Mit der Base. Kann man die nicht irgendwie heilen, die Base? Nee, leider nicht. Die Base nicht, ne? Ach, hier, mitten in der Fernefalle steht der Typ drin. Ist ja geil. Du kannst echt nur nach diesen roten Punkten manchmal gehen. Auf der Map, ja. Die Map ist da schon ein bisschen hilfreicher. So ist er. Wo ist er? Da oben muss er sein. Der muss oben wieder bei dem Turret da sein. Ich sehe es nicht. Da. Ich sehe ihn, ja. Da oben hinter. Ich sehe ihn noch nicht, aber irgendwo... Ich stehe auf dem roten Punkten. Nee, eine Tasche höher. Eine Tasche höher. Höher? Okay. Eine Tasche höher. Der muss in seinem Jumppad irgendwo sein, um ihn nicht nach oben zu bringen. Ja, hier hinten. Warte. Ach, hier oben. Das kann man schon mal abheilen. Boing. Ich bleib lieber bei der Base. Ja, ich glaube... Ihr rennt ja für mich alle weg. Ich bin auch nicht veroffener bei der Base hier. Ich repariere schon diese Feuerdrohne hier. Welle abgeschlossen. Ja, ich habe ihn weg. Wie ist dein Status? Wurmcluster Upload bei 50%. Okay. 50%. 50%. Wir haben auch zwei Wellen vor uns. Lagt wachsam und verschafft Nova die nötige Zeit. Das werden wir nicht hinkriegen, glaube ich. Alter, mach keinen Scheiß. Komm zurück. Bin doch da. Eine Sekunde. Welle beginnt jetzt. Oh, Mann, 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 Mann. Ey, der ist so durchgerannt hier. Hast du das gesehen? Ja, hab ich gesehen. Oh, dafür habe ich den anderen aber gekriegt da. Da oben ist wieder so einer mit Dreifachschutz. Das sind die bösen, die Unsichtbannen hier. Ja, ja, ja. Ach, was ist jetzt die Bete? Huch. Das sind die Leckeren hier, ja? Ja. Ja, 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 ja. Hab's kapiert, hab's kapiert. Hab's kapiert. Kapitän. Sterb. 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 Wieso geht da nicht drauf, der Sack? Ja, das kommt. Äh, noch 40, 50 Drohne. Das war ja oberscheiße gerade. Das Ding ist fast kaputt. Ich gehe gleich ja hinüber. Meine Christa. So. Irgendjemand da oben. Nein! Der da oben. Da oben muss einer sein. Der schießt immer. Und den kriegt keiner von uns weg, weil wir alle nur davorstehen. Das gibt es doch nicht. Ja, ich hab zum Beispiel einen gesehen, der jetzt immer Raketen auf das Ding schießt. Wenn wir den nicht weghauen, dann wird das jedes Mal passieren. Vorhin ist ein Nahkämpfer durchgelaufen, der hat irgendwie... Und dann das hier war so ein Balkendeck. Ja, super. Du da scheiße. Also, wir brauchen eine andere Taktik, Leute. So geht das nicht. Eine andere Taktik. Aber wir brauchen noch 50 Leute mehr. Ja, genau. Dann bleibe ich da oben hin und haue den immer weg da oben von dem... Ja, muss ja. Da muss echt einer stehen und immer drauf hauen. Aber anders wird das nichts. Guck mal, ich hab andere durch. Guck mal. Guck mal. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann schaffen wir das aber. Aber natürlich. Ja, sicher. Tschüss.